Hallo und herzlich willkommen zu Creepworld, wir spielen weiter und heute auch nochmal wieder alleine, wir haben gerade das Feld geerntet und ich kann euch nicht aufregen, dass es irgendjemand wieder vergessen hat, ich werde das natürlich direkt nachpflanzen, weil ich reg mich nicht über andere auf, dass sie es nicht tun und tu es selber nicht, nein, ich pflanze selber direkt nach und ich habe hier mir noch ein paar Mods hier reingehauen, oh ist noch gar nichts angekommen, hängt hier fest, nein jemand hat das umgebaut, Leute wieso baut ihr das? Ey, es ist doch nicht euer Ernst, ich habe das extra so gebaut, damit keine Feder auftreten, irgendjemand baut das direkt um, ja wer sieht, ich bekomme direkt das richtige Material ausgerüstet, die Waffen meine ich jetzt, wenn ich die nehme, ist das nicht deren Ernst, oder? Moment mal, so, das kommt dahinter, das hier nochmal weg So Jetzt liegt das hier oben drauf, was ist zum Teufel ist da los? Ich muss auch mal ganz kurz jetzt gucken, so Ja doch, so ist es richtig jetzt Das mehr kann ich gerade nicht aufnehmen und krass, ich habe keine Erde Glowstone Staub muss dran glauben So Erde Gegen, ja Weizen erstmal Äh Samen Dann mache ich das Ganze hier zu, das muss eh mal auch weg Das ist auch zu Ach, hatte ich nicht noch ein Erde? Verdammt, das gibt es doch nicht So Ähm Und hier drin sollte jetzt alles liegen, im Grunde Nur, das hat sich jetzt nachher unten gebackt, auch schön Ah, jetzt muss ich erstmal hier was leeren Okay, ich mache das Ganze anders Als erstes Alter, kommt da gerade noch viel So Nehme ich mir das ganze Brot So Ey, das ist zu viel Haha Das geht doch nicht So Ey, Leute Jetzt 64, ich habe es gerade noch geschafft Alter, schon Schock, dass ich nichts mehr aufheben kann gerade So Als erstes muss ich jetzt hier gucken Hier packe ich erstmal kurz die ganzen Samen rein Um den Rest zu ordnen, den ich hier habe Ist hier gerade jemand? Ja, Lüchse Hallo Lüchse Hallo Lüchse Ähm Was tue ich dafür rein? Rottenfleisch Denn ich brauche jetzt eine Menge an Samen Klausen kann ich hier auch rein tun Feuerschutz und schusssicher Das sind eigentlich coole Klamotten, aber die brauche ich eigentlich gerade gar nicht So Ich denke, das sollte jetzt reichen zum Nachpflanzen Und dann mache ich das auch mal Ah, komm mal, hier ist gerade einer drin Der Gas-Reaper Was geht du? Ah, okay, Moment mal Wir brauchen hier eh oben mal ein Crafting-Table drin Und ich habe eh gerade einen dabei Das passt sich Dann kommt nach hier jetzt als erstes Mal Eine Hacke Huch, das war natürlich jetzt Fail an dieser Stelle Oh, fang an zu ackern Habe ich doch schon mal gemacht Das war wahrscheinlich dann der alte Server Weil alle Erfahrungen sind jetzt ja neu Auf diesem Server hier Ah Gott Hier ist noch was Hier auch Hier kann ich drauflaufen Und sobald ich einmal unten bin Setze ich Okay, setze ich dann alles Gibt's doch nicht So, setze ich hier alles hin Schön, gut An dieser Stelle müsste man irgendwie noch besser aufs Feld kommen Aber das geht glaube ich nicht ganz so leicht Wie ich mir das gerade vorstelle Aber ist ja egal Die Farbe mit dem Mechanismus Sollte jetzt auch alles wieder funktionieren Man muss halt gucken Dass ein Block Hier sieht man es auch gut Wenn ich richtig schleiche Dass das Wasser mit diesem Block aufhört Und dann darunter fällt In ein Wasser, das schon läuft Wenn das nämlich direkt von Anfang an In eine Quelle reinfällt Kann es sein, dass es In der Wasserquelle Also an der Stelle, wo der Eimer sitzt Oder liegt Dass es von der Stelle aus nicht weiter Läuft Obwohl das Wasser eigentlich fließt Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist Oder normal Aber zumindest geht's darum Das sozusagen zu umgehen Eine Modliste von Mods Muss ich mal gucken Also von den Mods, die ich drin habe Ob ich die in die Beschreibung packe Aber ich kann sie euch nennen So die grundsätzlichen Inventory Tweaks Dann hier Eine Minion Map Ach, ich weiß gerade wirklich nicht, wie die heißt Dafür habe ich immer Rise benutzt Aber die funktioniert irgendwie In Zusammenhang mit den anderen Mods nicht Aber die ist ja im Grunde exakt genauso wie Rise Also stört mich das nicht Ja, Inventory Tweaks Und dann halt noch dieses Auto-Dings Dass ich automatisch die richtige Waffe in die Hand bekomme Wenn ich auf einen Block schlage Sehr praktisch Aber ich denke Ich werde das auch mal vergessen Und wenn ich dann anderen Spieler aus Spaß Mit der Hand schlagen will Wird dann natürlich mein Schwert ausgerüstet Und naja Endet glaube ich nicht so gut Ich muss mal gucken, was ich mache Also ich habe hier bald ein DIGA-Schwert kaputt Ob ich mein DIGA-Schwert Ob ich ein neues mache Und das einfach verzauber auf Level 1 Mit gut Glück Vielleicht bekomme ich dann auch Nochmal Schärfe 2 Das wäre übertrieben cool Dann würde ich die beiden nämlich verbinden Dafür brauche ich dann nur einige an Leveln Und dann hätte ich ein Schärfe 3 Wäre das dann glaube ich DIGA-Schwert Und allein das wäre schon übertrieben Hammer Und dann hätte ich es ja auch noch gleichzeitig repariert Das wäre relativ cool Das würde mich zumindest richtig freuen Und mir fällt gerade auf Der Gaspeeper, der hier bei ist Falls ihr den jetzt unten in der Beschreibung sucht Es ist im Moment kein Let's Player Der darf mitmachen Einfach aus dem Grund Weil er eigentlich nicht mitmacht Also im Grunde darf er auf diesen Server Aber nur wenn sein Freund Also in dem Fall Felix Beziehungsweise Lüxel LP Wenn der gerade spielt Dann darf, haben wir gesagt Darf Gaspeeper auch mit drauf Wenn der kann richtig Kann man bauen Und hat nun mal jetzt ein Haus angefangen zu bauen Und hat es halt noch nicht fertig Und deshalb Ist er jetzt hier erstmal drauf Halt nur auf der Whitelast drauf Wenn Lüxel auch da ist Aber dann darf er bauen Aber der hat noch keine Rechte für irgendwas Aber ich denke Das wird ihn jetzt auch nicht so stark stören Dann darf er eben kein Backmachen oder Haugen Dann muss er sich eben ins Bett legen So, ich habe jetzt das Feld nachgepflanzt Und dann bringe ich mal kurz den Rest nochmal zurück Wir bräuchten einen Aufzug für die Kisten Das wäre echt cool Aber sowas gibt es nun leider nicht Aber wir haben auch sehr, sehr viel Boah Hast du mich erschrocken? Ich? Habe ich ihn erschrocken? Entschuldigung Ne, ich glaube ich Glaube ich aber nicht Egal, ich putter jetzt direkt was von dem Brot Und dann gucke ich jetzt mal Leute Hat jemand gegrieved? Hier waren auch letztens noch Stämme What the fool Okay, das finde ich seltsam Lol Das Haus wollten wir immer noch weiter erweitern Sofern wir darauf Lust haben Ich überlege gerade, wie sehr das aus Oder beziehungsweise wo könnte ich das gerade erweitern? Ich könnte hier einfach mal eine Etage noch draufhauen Aber sieht das gut aus? Ich weiß es gar nicht Hier oben ist relativ viel Platz Wenn ich jetzt nach hier gehe Ist eigentlich ganz cool Und noch eins größer zu machen wäre irgendwie blöd Hmm Backe Brot Okay Ich muss mal kurz hier draufhopsen Dann kann ich das Ganze besser entscheiden Hmm Ich weiß es nicht Ich bin noch skeptisch Das finde ich aber auch Das finde ich einfach Hammer Moment Ich muss dafür Zuerst das hier abbauen Ähm Und zwar Finde ich jetzt richtig Hammer Hier ist unser schöner Weg Hier rechts baut sich einer hin Hat der Weg verboten schön Hier links auch Hier hat sich Jasmin als aller ist es hoch gegraben Da hat mir noch ein bisschen was geholfen Äh Und dann gerade mal so ein paar Meter nur daneben Baut sich der nächste hoch Und Oh ne Der Baut sich hier nicht hoch Das war nur ein Umweg Damit sich hier hochbauen kann Wer war das denn? Dynamics LP Und Games Manager Okay Ich wusste gar nicht Dass David hier wohnt Ich habe nur so eine kleine Speed Folge Von Dynamics gesehen Also von Chris Dynamics Nicht Dynamics Dynamics Oder sowas Keine Ahnung Ich weiß es gerade nicht genau Und Da habe ich gesehen Wie der das hier gebaut hat Hier geht es zu ihm Bin ich mal gespannt Hier geht es noch weiter hoch Hoch Ja hier hört es auf Ach hier hätte so einen kleinen Auskopf Hinten hat jemand gebaut Achso Ja lol Hier oben ist eine riesige Brücke Die werde ich mir mal kurz direkt mal angucken Ähm Bin ich hier schon richtig Und ich glaube noch eins höre Zu Games Manager Ja Da bin ich aber auch noch nicht draußen Oder doch Habe ich das jetzt irgendwie was verpasst oder wie Ich habe es geschafft Hä lol Ich fühle mich verarscht Wo ist der jetzt lang Hier auf keinen Fall Hier auf keinen Fall Und hier geht es dann zu Jasmin rüber Okay Ja das ist ganz cool Hey der hat sogar schon einen Amboss Ja das ist echt cool Slash Home Mache ich jetzt mal Das regnet doch Ach ich habe den Regen ausgestellt Ähm Also bei mir in meinem Minecraft Also bei mir in meinem Minecraft Dass ich die nicht sehe Also die Aufplätscher Animation Habe ich die rausgepackt Und den Regen selber Und dass man keine Wolken sieht Und Natürlich Alles sieht ganz normal aus So wir haben jetzt Abgestimmt Ob wir den Creeper Exversionsschaden Drin lassen Oder nicht Und Naja Ich war als einziger dafür Dass er drin bleibt Und somit Wurde er dann rausgenommen Wir wollten noch was bauen Aber ich glaube Wir ganz sind nur blöd Hin und her Als erstes Wollte ich aber nochmal kurz Hier gucken Dann bauen die hier weiter Wo sind die überhaupt Kann ich irgendwie zoomen Ah Jetzt bin ich ganz weit zurückgesucht Keine Namen In Sichtweite Ist das ja ein Ernst Was sind die denn Ich mach einfach mal schlecht TPA Lüchsel Nein So Jetzt habe ich ihn gefragt Und ich bin gespannt Ob er das annimmt Okay Huch Jetzt habe ich ihm die Tür aufgemacht Äh Dann gucke ich ihm mal an Was ist hier alles so Schön es gibt Oder viel mehr Wo die gerade sind Hier sind die Ich habe gar nicht wahrgenommen Dass ich hier hinten ein Haus gebaut habe Oder gerade dabei sind Cool Das ist cool Gas War durch Kübel in die Luft gesprengt Doppelpunkt D Okay Ähm Wo baue ich denn hin Ich will nochmal irgendwo auf dem Berg bauen So wer von uns beiden Steht zuerst Und ich habe oben links auch so eine Anzeige drin Wie viel Leben mein Gegner hat Kennen ja einige Aber das können wir doch irgendwie umstellen B Das war ein Wegpunkt Das war ein Wegpunkt V Ne Äh Optionen Mod Option Nein Das ist anderes Optionen Steuerung Hey 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 Wie konnte man das umstellen In Hexas habe ich es geschafft das umzustellen Irgendwie ging das Optionen Grafiken Entspannung Suspects Nein das ist was anderes Mehrspieler Shit Oh Mann Ah ne Wo war das nochmal Oder war das hier Punkt Äh Ah doch hier ist das Ich kann mal die GUI ein kleines bisschen klein machen Auf 40 Damage Color Slack Skin Ja das war was ich gesucht habe Dann nehme ich das hier So Punkt Escape Okay so sollte das jetzt glaube ich ausgewählt sein Dann suchen wir uns mal ein Gegner Skelett da hinten Nö da wird gar nichts angezeigt Der ist zu weit weg Ah jetzt Oh ne die GUI muss doch größer gemacht werden 60 So ja so ist okay doch Lassen wir jetzt so Und ja Gaskeeper stirbt andauernd Schöne Sache Also was daran auch jetzt schön ist ne Wisst ihr schon So Hat der gerade Ist das Ah cool Der wählt irgendwas anderes aus Wenn ich auf Blätter haue Das ist Das ist äußerst praktisch Für wenn ich daneben haue Dass ich dann kein Schwert Und meine Achse nicht verbrauche Das ist sehr sehr praktisch Das finde ich echt gut Ich bleibe jetzt erstmal hier Weil wir wollten ja eh In der letzten Folge noch was Holz sammeln Und so viel haben wir da jetzt nicht gesammelt Dass wir sagen können Yay wir haben genug Ähm Und ich habe auch nur Viel nachpflanzen können Das heißt ich werde das Ganze Jetzt nochmal wiederholen Und dann nochmal einen schönen Berg suchen Wo ich bauen kann Oder soll ich mich noch Zu den anderen auf dem Berg drauf bauen So nach ganz oben Ist irgendwie auch cool Hm Ich weiß es gar nicht Soll ich das tun? Naja wir haben jetzt zwei Häuser Oder das eine Haus ist schon so fett Ich weiß nicht Ob wir nochmal so was ähnliches nochmal bauen sollten Also von der Art her Hm Also so ein Haus im Berg Sollen wir das mal machen? Im Grunde wäre es cool Sich ganz oben drauf zu bauen Oder diese beiden Oder diese beiden einfach Diesen beiden Berge einfach komplett auszuhüllen Wäre auch schon cool Also das heißt komplett auszuhüllen Dass in beiden Bergen Ähm Sozusagen überall Leute drin leben Fände ich irgendwie Lustig Und guck mal hier liegen schon wieder Setzlinge Das ist sehr sehr schön Die brauchen wir ja AFK Back Okay Läuft Das ist ja so schön Weil wir ja da sind Und da sind so Wie geht es sort of Ähm Ich höre mal hier Und da sind ja so